So liebe Leute, es folgt nun die letzte Herausforderung. Am letzten Tag der Mario Kart Jubiläumstour Nummer 3. Das ist die Münze herausgedrungen und diese machen dann ein schönes Mario. Ja, am letzten Tag wurde doch noch herausgedrungen, als man mit hat. Eine gute Pause im Gesicht. Wahrscheinlich dann durchkippen. Auch wenn es schon lange her ist. Aber die Dirtkarte. Was man schon bekommen hat. Dieses Leiter an die Dirtkarte zu bekommen. Ja, das ist das. Und jetzt die Mario Kart. Ja liebe Leute, das dritte. Jubiläum endet. Ich muss schon sagen, ich habe schon sehr viele, ja, die Kohle ausgebildet, diese Spiele hier. Ich habe auch nicht gedacht. Mein Berufspieler war ja damals nur, die Dirtkarte zu holen. Und jetzt, ja, die sind mittlerweile schon wichtig geworden, ne. Hier wieder eine einzelne Tue, die, ja, die schützt mit Sachen zuenden. Und jetzt, sogar hier verkündet Mario, habe ich nicht zurückgesteckt. Ja. Wer euch das nicht gibt, wenn ich so bekomme. Ja. 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 Ja, ich überlege mein erster selber Charakter, den ich damals getauft habe. Das war Halloween Rosalina, mit dem Charakter fing alles so zu sagen an, wollte ich unbedingt haben damals, ach da waren die noch so teuer die Dinger, ich glaub 90 oder so was sie dann bezahlt oder Goldschott oder so, war schon ziemlich krass, aber ich wollte unbedingt Rosalina haben, und dann, was ist ein Desi-Kostüm, weiß er gibt es nicht, weiß er keine Kostüme oder so, das war's, ich hab mir gedacht, die werden hier drauf und um drauf haben, das war's, ich hab's doch nicht gehört, ich hab's doch noch ein paar Wurzeln, aber später kann man auch noch mal dazu, ne, Und jetzt, wenn wir schon mal hatten, das ist etwas, dann sozielt auch, das hat sie auch gemacht. Ja, die finden da auch schön, dass jetzt die ganzen Strecken, die wir jetzt davon jedenfalls in Booster-Kasten nehmen. Das ist nicht gut. Dann können wir nochmal das Spiel erweitern. Wir wollten ja Mario Kart 9 haben, aber ich finde es schön, dass 8 nochmal so richtig schön aufgemotzt wird. Oh, wow, wie geht das jetzt los? Als wir wieder D-Node-Update haben, ist das alles schwer geworden. Jetzt sind meine Lieblings-Strecken, bisher in Mario Kart Tour. Die sind bisher bei der normalen Strecke. Dieses Schiff, finde ich sehr super geil. Und von den Stadtstrecken, finde ich bisher am schönsten Amsterdam. So, wo wir gerade von Amsterdam reden, hier kommt es. So, dann beenden wir das Ganze mit einem wunderschönen Auto und Blümchen. Ja, wie gesagt, am verdammt verbinde ich auch dieses Event mit Daisy, was ich ja gesagt habe damals, mit den Gummistiefeln. Daisy und Gummistiefeln, richtig geil. Das Perfekte für einen Daisy-Fuß-Fetischisten. Ja, und wo wir gerade von Daisy noch reden? Mein Lieblings-Daisy-Fuß-Fuß-Fuß ist schwer zu sagen, die Leute. Schwanke zwischen dem Yukata-Kostüm und dem Sommer-Kostüm, aber ich fühle dieses Yukata-Kostüm. Irgendwo besser. Ich stehe halt auch ein bisschen Anime-Zeug und so. Das japanische Kram und so. Daisy und Gummistar-Teil ist schon richtig heiß. Und ich bin auf Porte-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß. Ja, und jetzt noch zu meinen Daisy-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß-Fuß. Ich bin gehört ah und zu meinen Daeries-Fuß-Fußentwachen, würde ich sagen.. Daher ist der herem. Zwischen Daisy-Fuß-Fuß und Minionsum, die feier, also die Mews. Mario kommt mit dem Power Up und zwischen dem Mews Power Up, sozusagen die High-Bade. Das ist also perfekt geeignet, um schnell an den Greenen-Galpe zu kommen, bei bestimmten Events und schön die Store hoch zu powern. So, Langklebe der König. Wie gesagt, ich hätte selber nicht gedacht, dass ich noch den König bekomme. Das war wirklich ein Glückstreffer, sozusagen, den ich da hatte. Ich hatte normalerweise nicht vorgehabt, noch mehr Rubine auszugeben, aber wie gesagt, die erste Röhre hatte ich versucht und da habe ich den König nicht bekommen. Mit 45 Rubine und da habe ich nochmal später Tage, habe ich noch einmal versucht und da war dann als letztes bei, als letztes Geschenk in einer Röhre. Also habe ich sozusagen 2x45 Rubine auszugeben. So, für diesen Charakter. Und jetzt, liebe Leute, im krönenden Abschluss dieser Tour gibt es noch, ob ihr es glaubt oder nicht, gehen wir ins Haus. Und da möchte ich sagen, es macht mir sehr viel Spaß, diese Videos zu machen. Es ist zwar auch sehr anstrengend. Auch wenn viele denken, ja komm, da machen wir einfach ein paar Videos hier und extra Videos hier, ne. Gut, ich habe überhaupt nicht so viel Geld, wie gesagt, für super Programme, die mir leisten kann. Aber viele, für meine Zwecke, heißen die Video-Programme aus und nutze. Dann seid ihr zufrieden mit. Und ich werde auch weiterhin Mario Kart Tour-Videos machen. Es ist zwar wie gesagt anstrengend, diese extra Videos zu machen. Aber es macht mir wirklich Spaß. Und damit, liebe Leute, war es das mit dem dritten Jubiläum von Mario Kart Tour. Dankeschön fürs dabei sein und auf viele weitere Touren mit euch. Euer Prinz Thomas. Vielen Dank. Vielen Dank.